Jo Leute, was geht ab? Herzlich willkommen zu einem neuen Format von Jenny. Hallöchen. Und mir Matze. Wir nennen das Format einfach mal Co-Parenting mit Jenny und Matze und wollen euch einfach mal so ein bisschen mitnehmen, wie unser Alltag aussieht als getrennt lebende Eltern. Als allererstes werde ich jetzt in Milan vom Kindergarten abholen. Ja, Kindergarten. Das ist schön, oder? Sehr gut. Hast du gut gegessen? Nicht so, ne? Eigentlich hätte ich ihn heute Morgen auch schon bringen müssen, da ist mir aber leider ein kleines Missgeschick passiert. Seht selbst. Oh, es ist 7.30 Uhr, Alter. Ich kann jetzt nicht aufstehen. Hi Jenny. Kurze Frage. Meinst du, ist es möglich, bitte ohne sauer sein, dass du dann zum Kindergarten fährst? Weil ich hatte hier gestern noch Besuch und boah, sie hat geantwortet. Jetzt gibt es Stress. Es fällt dir jetzt um 7.30 Uhr ein. Gestern abends ist dir das nicht eingefallen. Da wusstest du das nicht. Gestern abends ist dir jetzt eingefallen.